ja meine lieben fulda 2022 die dgm das video kann beginnen ich bin schon in fulda habe schon mein quartier bezogen ja schönes zimmer kann man nicht sagen hier waren wir ja damals auch schon das ist so eine apartment wohnung da toilette da dusche bad hier drüben das nächste zimmer kommt da ist noch keiner da da können wir mal reinlinsen ja ich war der erste ich weiß jetzt gar nicht wer sich hier dieses zimmerchen teilen wird aber das werden sich die kollegen teilen definitiv bei uns hat ja einer abgesagt deswegen bin ich alleine bei mir im zimmer so hier hinten ist irgendwo andere lichtschalter eins zwei drei drei mal lichtschalter schöne küche haben da können wir uns was zubereiten großer tisch fernsehecke sofern wir das hier brauchen schöner großer fernseher also ich glaube es nicht unbedingt dass wir das brauchen muss ich bloß gucken ob es hier irgendwo an wlan schlüssel gibt fürs wlan wlan schlüssel da werde ich dann meinen laptop mal auspacken und bereit machen später dann wenn der rest der bande da ist werden aufs gelände mal gucken ob ich da jetzt heute schon viel rumfilme oder nicht das weiß ich noch nicht aber jetzt gehe ich erstmal aufs gelände 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 in edeka rüber und holen wir noch kaffee genau das mache ich jetzt und dann gucken wir mal wie es heute weitergeht wie spät haben wir es denn eigentlich da muss ich gerade mein handy rausholen 16 uhr 20 gut so früh war ich noch nie hier in fulda geile geilomat ja leute willkommen in fulda von hier aus geht alles los leute da hockt man hier so gemütlich auf der terrasse und dann wird mir nur folge quasi vom gerrit bitte soviel zum video drehen was hast du für ein problem video dreht man die ganze zeit dass der überhaupt sein darf das ist weil ich ihm das erlaube der wohnt da oben ja 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 ach im übrigen da haben wir noch welche der daddy dazu und die svenja immer an der kaffeetasse das ist und wer fehlt jetzt hier in der wg noch gut sprannter barbequen andere sorgen als sie das glaube ich allerdings nur kurz im edeka und dann ist hier randale leute da ist hier randale das ist unglaublich auch also gerrit du bist stark du kannst vier nehmen hier tut hier unter die achseln warte 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 komm hoch die achseln ja unsere getränke am platz tragen so hier wer noch keiner hat hier aber hier wer noch keiner hat hier aber ich hab irgendwas geahnt alter verschwender ja das war ich nicht so doch dann du bist der verschwender so einen wunderschönen guten morgen sage ich jetzt einmal der nächste tag der offizielle start der dgm was haben wir heute samstag gered morgen 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 gerrit gerrit warum läufst du davon wenn ich video mache ich bin davonlaufen du kannst mich schön verreden nein du läufst einfach davon ja weil mit Hältchen nichts du hektiker du ist noch gar nicht offen und du rennst so ich hab drei Jahre gewartet ah unglaublich die leute ja die wenigstens da hinten laufen schön gemütlich laufen gemütlich oder ja lassen wir den hektiker alleine davor rennen das ist nicht alt nichts vielleicht ist er dann mal schnell vielleicht zockt er mal ja jetzt gehen wir mal zum eingang eben und gucken wer schon alles da ist werden schön am eintritt unseren eintrittspreis zahlen ganz normal wie jeder andere besucher auch so auf dem platz wären wir schon zerstören wir noch das video das dritte mal bin ich hier glaube ich viel zu oft das dritte mal bin ich hier auch ja und äh wie gesagt am anfang ich filme kunterbunt wie ich gerade lustig bin und ja ich schaue jetzt erst einmal durch und wenn was ist dann ziehe ich die cam raus und filme halt mal drüber ja nein 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 den sehen wir viel zu oft nein nein eins habe ich mir auch schon gesichert moment moment da muss ich bei dem hier mal im rucksack reinschauen um das mal zeigen zu können da ist er wieder das elend ruhe da und einfach mal reinlangen und was macht da daneben steht der pallet cream also die soße habe ich auch schon haben wir gestern abend leider nicht mehr verwenden können ja aber das machen wir dann heute dreh dich um ich muss wieder reinstecken so ist es brav naja 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 ach moment dann schleimt sich schon wieder ein mit einem geburtstagsgeschenk nein du musst keine angst haben du musst keine angst haben und das wollen wir natürlich sehen was da jetzt rauskommt ja noch ein päckchen wahrscheinlich ein ziegelstein so hier wird drauf gemacht wie gesagt jetzt 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 natürlich ein bisschen geschützt weil das war ganz wichtig die gesteine er so schnell kaputt auspacken 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 ich halte hoch Passt aus, passt aus! Ja, genau. Ein schönes Handtuch hast du auch noch dabei. Wenn man bei Spannter Barbecue anfängt, dann fängt man immer als Spülkraft an. Ja, und da hast du das Handwerkszeug. Auch, dass du glücklich damit fährst. Oh Mann. Und so sieht es aus, wenn mal wieder jemand mit den Filmen übertreibt. Stell dich doch mal vor. Moin, Robin von Landstein Barbecue. Okay. Aber was heißt hier übertreibt? Ist doch geil, macht doch Spaß. Viel, 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 viel zu viel Arbeit. Ja, du machst dir halt leicht, ne? Ja, natürlich. Und ich mag es halt schwer. Hm, selber schuld. Ich werde jetzt einfach mal über den Platz ein bisschen drüber filmen. Hier natürlich der Stand von Spannter Barbecue, unseren Gastgebern hier. Ja, und dann würde ich sagen, einfach ein bisschen drüber filmen, was für Teamstars da sind. Und dann die Aussteller. Genau, das machen wir jetzt. Also, der Ball wird schon losgelegt. Natürlich alles noch im Aufbau. Ich filme dann später natürlich auch nochmal drüber, wenn es mehr zu sehen gibt, ganz klar. Moin. Moin Michel. Alles klar bei dir? Äh, ja. Wir sind am Arbeiten. Oder sagen wir mal so, ich lasse arbeiten. Du lässt arbeiten? Ja. Äh, geht es jetzt schon los mit den Vorbereitungen für den Wettbewerb oder ist das jetzt noch Frühstück? Na, Frühstück ist beendet. Das ist eigentlich jetzt tatsächlich schon Vorbereitung direkt für den Wettkampf. Ah, ja. Okay. Weil irgendwann müssen wir ja anfangen, wir haben zwar noch Zeit. Na ja, klar. Darum sind wir auch noch locker drauf. Ändert sich aber noch. Mhm. Dann ist der Stress und dann seid ihr froh, wenn ihr eure Ruhe habt, gell? Es ist aber positiver Stress und darum sind wir hier. Mhm. Alles klar. Ne, weil das macht Freude, das macht Spaß. Mhm. So einfach. Joa. Gut, schauen wir weiter. Macht das. Wir sehen uns noch. Joa, mit Sicherheit. Viel Spaß. Danke. Na, was? Ja, genau. Wir sehen uns gleich in der imaginar. Wer hat das Strafel. Wo ist das Pins? Danke. Nettlich, viel Zeit. Moin. Mit Pins musst du aber natürlich heim machen. Wie heißt das Pins? Ah, geht's? Er ist ein Glück, der eins ist nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Seid ihr nur zu zweit? Ja. Ein Zweierteam? Ja. Coole Sache. Viel Glück. Danke, danke. Zu zweit da antreten? Mutig. Wirklich mutig. Hammer. Ja, das ist jetzt natürlich so getroffen. Stumpf ist, heißt es beide. Ja, da komme ich schon auch noch. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, hallo. Ja, hallo. Na, was guckst du dir da Schönes an? Ich guck mal, eigentlich so das schöne Soßen-Handtäschchen. So ein Soßen-Handtäschchen? Also ich find das eigentlich richtig geil. Ja, also ich würd mal sagen, der Chef hat sich da wieder gut was einfallen lassen. Ja, auf alle Fälle. Servus. Also wir kommen abends bestimmt noch mal vorbei. 100%-Täschchen. Tja, und dass wir wenigstens ein kleines Probiererle drin haben. So, einer darf natürlich auch nicht fehlen. Von Spranta-Babichu. Von der deutschen Grillmeisterschaft. Ich hab damals mal einen Futter. Ich hab natürlich schon schön am Essen. Irgendwas gibt's hier. Schöne Currywurst von Spranta. Lecker, lecker, lecker. Ah, das stammtisch vom Dirk. Habe ich jetzt eigentlich meine Probiererle fertig gemacht, nachdem mich der Gerrit gestört hat? Jetzt einfach noch mal. Also schöne Currywurst mit Currysoße. Und der stört schon wieder da hinten. Sehr lecker. Wunderbaren Teamwork. Wieder mal geschafft. Du bist genial. Also... Manchmal hab ich Licht im Moment. Ja, wunderbar. Ich geh halt immer wieder so spazieren und werd hier verfolgt. Frau Martin. Hallo. So, jetzt haben wir den auch endlich mal im Video. Der erste, den ich gesehen hab. Und gleich gekramt. Genau. So. Gut. Ja, und wie gesagt, ich film bloß nebenbei ein bisschen. Gibt so viele wieder, wo hier dicke, fette Videos machen. Ja. Ihr wisst, was ich mein. Schlaf, weil du nicht bei mir bist. Wirklich. Was hat Dirk gesagt? Positiv zum Junkie. Ja, das ist positiv bei mir. Wenn ich meine Kollegen lobe, dann meckere ich nicht. Moment mal. Mach dir mal Gedanken. Aber stets bemüht. Ja. Aber stets bemüht. Und, geht's? Wie fast das aufgenommen? Unglaublich der alte Mann. Der hat doch bloß wieder gelogen, oder? Der Dirk hat die Wahrheit gesagt und hat endlich gesagt, dass er den Junkie liebt. Ja. Ja. Wir haben es halb auf Kamera drauf. Das mit dem Lieben ist am Anfang gewesen. Was hier veröffentlicht wird, wer wissen es nicht. So, ich muss sitzen. Ich muss da sitzen. Da war so anstrengend für ihn. Alles gut? Ja. Ich bewinder dich. Ja, dich. Acht Stück mittlerweile. Jetzt sind es neun. So, Leute. Kleine Entspannungsrunde von der DGM. Wir sind da kurz sonst in die Unterkunft und haben hier schön Frühlingsrollen in Becken gewemst. Die schmeißen wir uns jetzt in den Backofen rein. So, die verspachteln. Und dann gehen wir wieder rüber. Und mampfen tun wir die Frühlingsrollen mit der Barbecue-Soße von McAllister. Lecker. Da haben wir sie nochmal. Gleichwerbung. McAllister, 20 Euro überweisen. Haha. Schön wär's. Doch. Die Barbecue-Soße ist echt gut. Haben wir die nämlich auch gleich probiert. Gerade wieder loslaufen. Da steht hier der Gerrit mit einem offenen Kofferraum. Was machst denn du hier? Der Dirk hat einen Grill von mir umgebaut. Oh, jetzt tun wir spoilern. Wir tun spoilern. Ich hab mal ein Video gebracht, Freunde, von einer Weber-Kugel, wo der Smokernacht noch nicht gepasst hat, von der von der Grill rauskommt. Und das Ding hat Dirk mir umgebaut, dass er passend gemacht hat. Da tun wir einen ganzen kleinen Augenblick spoilern. Und der Rest steht dann mit dem Gerrit. Ganz genau. Ja. Ohne Display ist blöd immer die Kämmer. Ja, genau. Aber ich sehe es gerade voll in die Fresse. Cool, fertig. Darf ich auch mal gucken? Ohne Kamera, ne? Ohne Kamera. Letzter Tag, Sonntagmorgen. Ich bin mit meinem Gepäck schon mal auf dem Weg Richtung Platz. Da steht das Auto, wo es eingeladen wird. Und ja, die anderen brauchen noch ein bisschen. Die fahren ja dann selber mit der Autos vor. Ja, dann schauen wir mal, was wir heute noch alles filmen. Ob ich heute vielleicht ein bisschen mehr filme als gestern. Ja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. Und ja, schauen wir, was der Tag so bringt. Ich sage mal, ganz einfach bis nachher, bis zur nächsten Szene. Auf alle Fälle freue ich mich jetzt schon wieder, alle anderen zu treffen. Ein aktueller Status zum Dirk. Auf einem Foto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Aufkleber haben es geschafft. Dirk, geil, dass du die draufgelassen hast. Also ich denke mal, spätestens beim zweiten oder dritten hast du es erst gemerkt. Weil der erste war von mir. Und ja, in Hilfe, Moment. Mit Hilfe von Svenja. Das war, wo sie dich so schön am Rücken getätschelt hat. Ja, okay. Soviel dazu nochmal. Und ich hocke jetzt hier noch gemütlich am Platz. Die Sonne knallt runter. Die Teams haben alle schon ihre Frühstücksportionen abgegeben. Weil dieses Mal war eine der Aufgaben, ein schönes Frühstück zu machen für die Jury. Ja, die wissen, wie sie es machen. Und jetzt schaue ich auf alle Fälle, dass ich da wenigstens noch an den ganzen Ständen diese ausgestellten Teller noch drauf kriege. Ja, und des Weiteren werden wir sehen. So, dann schauen wir jetzt nochmal kurz durch, was die so noch alles gemacht haben. Also, wie gesagt, ich kann es immer wieder bloß sagen, nur ein bisschen mitgefilmt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, das ist ja geil. Boah. Ja, meine Mutter war jetzt auch gut. Ja. Das ist ja geil. Ja. Mal gucken. Transport. Okay. Besser. Also, hier muss ich dazu sagen, hier steht mit Apfelring. Der Apfelring ist tatsächlich Opfer eines verfressenen Besuchers geworden. Also, das geht gar nicht. Leute, ihr könnt nicht einfach die Ausstellungsstücke wegfressen. Also, ne. Ja. Ja. Komm, mach's drunter. Muss halt nur dicht haben. Ja. Was ist denn dieser Alterskopf? Nein. Ich will frischig. Das Frühstück. Das Sandwich. Ja, ja. Ich hab dafür keine Verantwortung gehabt. Nein, aber... Dann, wenn ich das angegeben hab, geh nicht richtig. Ja, hau rein. Jetzt kommt doch die Küche dann nach. Also, auf. Äh, ich hab den eben dann fertig gemacht. Dann hab ich wenigstens noch ein paar von den Frühstücksteller mit ins Bisschen. bekommen dass einige das hinter glas haben ist ja mittlerweile wirklich verständlich da kommt noch mal was hier sehen wir sogar alles noch mal und der folie auch eine möglichkeit die meisten von den youtuber von den bloggern sind auch schon gefahren zumindest ziemlich viele so langsam löst sich auf ich denke mal irgendwas um 1 1 1 2 müssen wir mittlerweile haben ja gerade auf durch schaut ja und schauen wir mal wie lange ich noch bleibe da schreit schon jemand einmal ein foto mit dir ja freilich ich brauche mal deine videos und mal schauen und ich habe ich gerade mal zufällig gesehen hier und in dem moment bist du mit drin richtig habe ich gestern vermisst gestern war es nicht hier ja freilich aber meistens am platz kopf ok ich habe gerade auf durch schaut 20 nach 1 und reicht setzer wir fahren nach hause und ja ich denke zu hause gibt es dann noch mal eine kleine szene und also kleine videoszene mein fahrer hat gerade gemerkt dass er sein holzfritt vergessen hat naja gut komfort ja ich quatsch da haben einfach noch mal eine runde eine kleine was ich schon sagen kann es war richtig geil wieder hier endlich zu hause ja gegen fünfe war ich da jetzt haben wir es kurz nach halb sechs ich habe schon mal ein paar nüdelchen aufgesetzt die machen wir jetzt noch eine kleinigkeit zum essen vielen dank nochmal an spanter barbecue genial was ihr für uns auf die beine gestellt habt danke an alle die was da waren danke natürlich an alle wo jetzt das video bis zum schluss angeschaut haben vielen dank auch an die werbeschlampe wofür seine blocker kollegen die ganzen aufkleber auf dem rücken rum getragen hat auch dir dirk vielen dank ja und es war ein richtig geiles erfolgreiches wochenende leute ihr seid klasse alle wo da waren danke 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 ja genug gedankt was wollte ich jetzt sagen ja viel habe ich nicht gefilmt ein bisschen was ich hoffe das video hat spaß gemacht ich werde es heute noch bearbeiten damit ich es raushauen kann weil morgen bin ich ja schon wieder in sachen moped unterwegs auch da muss es weitergehen leute die wir sehen uns ich wünsche euch was tschauikowski bis zum nächsten mal